Musik Da war unser Direktor von der Schule, dieser Schuldirektor, oder Rektor, wie der heißt, der hatte Geburtstag, nicht? Und der wurde 60. Und das haben die ganz groß gefeiert, so in der Turnhalle mit ganz vielen Leuten. Da waren auch fast so 1000 Leute wie hier. Und ein Schüler durfte ein Gedicht aufsagen, nicht? Da haben die mich ausgewählt, weil ich so der Intelligenteste von allen war. Und dann durfte ich so ein selbstverfasstes Gedicht aufsagen, für unseren Direktor zum 60. Geburtstag. Das war ein ganz schönes Gedicht. Das kann ich Ihnen nochmal aufsagen, vielleicht interessiert Ihnen das. Also müssen Sie sich vorstellen, die ganze Turnhalle voller Leute, und dann habe ich mein Gedicht aufgesagt. Lieber Herr Direktor, Sie sind das Vorbild in Person. In der Geisterbahn die Attraktion. Mit Ihrem Gesicht können Sie Kinder erschrecken und mit Ihrem Mundgeruch Tote erwähnen. Vom Elefanten haben Sie den Bauch und das kleine Gehirn natürlich auch. Ihre Stimme klingt wie immer wie ein Getriebeschal, nur noch schlimmer. Wir gratulieren dem Jubiläum. Vielleicht wird er doch nicht 100 Jahre. Das war schön. Das war schön.